Das ist ein Speed auf Halle 15, Flüchtling und Eastchurch, glaube ich, das müsse er sein. Jetzt könntest du ihn vielleicht mal einen übernehmen, weil der hängt sich jetzt gleich an mich. Ich bin gerade im Endeffekt im Moment durch. Ich sehe euch wieder. So, Speed wird aber, glaube ich, auch angegangen. Verfolgt nicht tief. Der fliegt bitte nach Eastchurch einfach. Ich komme gleich rein. Du bist im Moment, so 300 Meter, 400 Meter. Da dürfte er eigentlich nicht viel können. Ich fall drauf. Ja, du brichst weg. Ne, doch nicht. Hört noch dran. Aber nur indirekt. Okay, übrigens, der Kühler-Trick hat funktioniert. Ja. Die ist bei 97 Grad, ist der mit dem A wieder runtergegangen. Und auch immer darauf achten, wenn ihr startet, immer so 75, 50 oder 25 Minuten. Nehmen oder 100, dann könnt ihr auch direkt einmal tanken und dann ist das nicht voll. Jetzt müsst ihr zweimal miteinander. Einmal Munition und einmal tanken. Warum auch immer. Warum schreibt man das in den Chat rein? Nein, wenn man es nicht kapiert, wie es funktioniert, dann schreibt man das so hinein. Oder einmal kurz vergessen haben. Kann doch passieren. Auch uns ist es, also mir, nicht gehalten. Na, oder man hat es in einem Fenster irgendwie oder ziemlich nah beieinander. Na, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du solltest aber erstmal lang kommen, aber ja, trotzdem wäre nett. Was ist denn los mit dem Dewey? Den Dewey ist nichts mehr los. Ja, das ist gut am Morgen. Zwei Flügel, Dewey ist weg. Zwei Flügel, Dewey ist weg. Komm. Es gibt dann eine E-Führ zu holen, ne? Auf dem Platz. Habt ihr gehört? Ja, ja, ja. Die möchte ich gerne haben. Dann geht doch. Dann bin ich das wahrscheinlich, oder? Ich drehe Lisa hinter dir. Ja, da ist gerade was an dir vor... Ich bin von mir durchgegangen. Der wollte aber auf dich gehen. Ja, ja, aber die geht jetzt... Ich schau mal, was er macht. Der steigt wieder hoch, dann setz ich mich gleich hinter ihn. Ich bleib mal hinter ihm, aber ich bin noch weit weg. Ja, überprüß mich gerade. Ja, jetzt steigt das senkrecht. Wieso kann ich das machen? Ich drehe. Ja. Karaja, zweit, das bitte kommt ran. Negativ, G50. Das G50er ist klar, okay. Ich habe ihn mal aufs Höhenroder gegeben, aber nur mit dem Gelster, weil... Okay. Na ja, er versucht jetzt abzuhauen, glaube ich. Er macht seine verrückte Fassrolle gerade. Nee, er wohnt irgendwie blöd. Ja, ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich komme hinter ihm wieder reingestützt. Okay. Jetzt geht er scharf. Wir müssen wahrscheinlich gleich überholen. Ja, ich bin schon fast in Schussentfernung. Okay. Okay, nein. Ah, der hat schon das Fahrwerk draußen. Ich habe keine Chance mehr raus. Okay, dann habe ich ihm anscheinend doch was mit den 20ern mitgegeben. Ich mache meine Fassrolle um den Ruhm. Ich komme jetzt wieder runter. Aber du bist vor mir. Ja, ich habe noch was. Ich bin ja bei mir. Ja, gut. Jetzt geht der Rolf. Oh, jetzt kannst du ihn geh holen. Naja, der macht hier so erratische Manöver. Bleib ich noch dran. Ich stürze jetzt wieder von oben rein. Vorsichtig, ihr seid zu zweit dran. Ja. Was macht der denn da? Ich bin dran. Ich komme auch gerade hinten rein. Ui. Ja, MGs. Ich bin raus. Der geht gleich rein, wenn er so weiter fliegt. Verrückt. Gut, jetzt hat er keine Höhe mehr. Jetzt hat er... Kann er nicht mehr so einen Scheiß machen. Da ist Hurricane, Hurricane. Steigt irgendeiner 109 bis 40 daher. Na, Lisa, du stürzt gerade, ne? Ja. Die Hurricane steigt jetzt hinter dir hoch. Das ist eine G50. Ach, das ist doch die G50. Meine Güte, mach mich doch nicht narrisch. Ich will dich doch nur am Leben erhalten. Aber Karajah hinter dir steigt aber noch was hoch. Die ist im Wasser, die ist fit. Ich melde mich hier ab. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss, nachts. Warte, du. Guck, da hast du ja sogar noch deine Munition gespart. Warte, du. Oh, es wird eine neue Star Trek Fernsehserie geben. Was, Fernsehserie? Nee, Film, Film. Film wollen wir doch an dich. Fuck, ich sehe nichts. Wie viel unter mir? Deutlich unter dir ist jetzt auf deiner 9 Uhr tief. Der ist fast am Deck. Flak schießt. Ah, ja, ich sehe ihn. Ah, hier sehe ich ihn auch. Hand direkt. Einer ist schon über dem Fuß. Einer ist schon über dem Fuß. Einer ist schon über dem Fuß. Ja, das sind zwei Feinde. Ja, das sind zwei Feinde. Ich gehe auf den hinteren. Okay. Okay. Oh, da ist auch eine Speedy. Ja. Ich habe die Speedy angeschossen. Nur einen kurzen Treffer. Jetzt komme ich hinter der Hurricane rein. Nein, das ist noch eine Speedy. Ich sehe hier auf deine Speedy, die du gerade angeschossen hast. Die hat einen Haken geschlagen und geht jetzt weiter. Bis, Church. Pilot kill. Sehr schön. Die Hurricane ist auch noch hier. Ah, wo ist denn die Speedy, die ich vorhin angeschossen habe? Ist gleich über East Church. Okay, Victor. Hurricane steigt mir hinterher. MGs. Hat Wasser. Äh. Ja, Victor sehe ich. Ah, ich stütze auf ihn runter. Der hat, der stolt gleich weg. Ja, ich komme von, ja. Bin gleich auch dran. Oh, sehr schön. Oh, du. Oh, ich sehe die Speedy, die hat Wasser, oder? Oder was? Nein, die hier ist weg. Ich spür das unten. Ja, der hat angedrückt und hat sich reingehaut. Wie du keine Bomber nimmst? 啊, das ist also wäre heima. Das ist und da. Oh, meinst du da herbe, die ich bis hin, er peutut nicht hier interesse. Oh, meinst du vivre. Yeah, ich habeaa más. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein?